Es liegt ja schon drin, weisst du, wenn man den Platz aufhängt? Ja, oben haben wir den Platz. Ja, weitsch einfach. Wenn du heilig neuernd dreht, wird wohl ein Siezer dabei sein. Danke. Ja, danke. Aber ist ja keiner heute Courage. Du darfst da tunne Aufstehen. Aber ich sehe, kann ich nicht nehmen. Da kann man nicht auf. Da trugst du die Grand-Vater nicht so aus, ja. Nein, auf deinem Platz hat eine EU-Presur. Ich weiss nicht, wo ich meine G'scheiten stehe ich lassen. Das tun wir nicht, gell? Nein, wenn du zuerst will, dann bin ich die G'scheite langsam. Ich hab da meine G'scheite, da kann ich ein bisschen vorfüllen. Ja. Hallo. Mein Gott, wenn du das wisst, gell, wir haben hier heim schon einen schönen Tag gehabt. Wir haben mit Schwarzreisen so einen Brennnessausflug gemacht nach St. Gott, Herr Tobi. Weisst du, wo das ist? Ja, voll. Das hab ich mir gedacht. Das hab ich mir gedacht. Dass der nicht mehr wissen kann. Oh, ja. Vormal im Monat fahr einmal runter, können wir gratis runter, von Schwarz. Gratis. Ja, ich frag mich einmal, wie lange der sich das noch traut mit der Schwarzfahrerei. Sollte mal wer draufkommt. Jo. Aber ich mach halt so ein Schaunspoket dabei für die Senioren. Ich weiß gar nicht, was ist er, gell? Seh ich ja nötig schneiden. Klingeln ausputzen. Jo. Und passieren auch. Jo. Eigentlich war ja Sauna dabei, gell? Aber wenn wir reingeschaut haben, da sind ja alle Mut gnaugelt. Solche Saubarten sind wir nicht. Jetzt haben wir mit dir gegangen. Na. Da tun wir lieber dunkeln im Baum. Das ist ja so gut, wenn sie die Baum. Jo. Für die spannende Lausen drehen wir da. Jo. Und das Wasserlausen geht auch vielleicht. Jo. Aber heute haben wir was dabei gekappt. A Schell? Ja. Ich muss sie in den Lausen. Aber das taugt euch in den Maaren. In den Maaren schon. Ja. Aber heute nicht. Ja. 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 Und ich bin nicht dabei im Baum. Ja. Und dann dachte er ja. 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 Und wie lange hat er die dann schon regiert? Ja. Ja. Und wie lange hat er die dann schon regiert? Gell schaut ut aus. Boah weiflohr. Ich haus gseh'n wie weit er noch den scheiß geflohn ist. Oh meinst du nicht. Ja, ne. named ja hitt. Bis der Umgang gearbeitet. Ja, und da habe ich mich für den heutigen Abend wohl in Schein machen lassen. Jetzt hat mir die Trotsche statt der Staupel Locken eine Staupel Frisur geschnitten. Jetzt kann ich mein Dich selber da auch nicht. Und dann hat es mein Arraschlein eingezweckt. Ein Sauerkrepen. Und das hat jetzt schon gesperrt angefangen. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil es schon weh. Da hat kein Auge, habe ich mich nicht zugemacht. Ja, wenn ich das Auge nicht zugemacht habe, kann ich auch nicht schlafen. Aber los. Ja, wenn wir morgen halt wieder zu den Tag drüben. Und da ist mir das Reparieren. Ja, das ist eine Idee. Ja, ich weiß aber, weil daheim ist das immer noch schöngefahren. Ja, los. Hoffentlich reißt du nicht einmal eine Lawine mit. Der kommt ja auch schon. Der kommt ja auch schon. Ja, los einmal. Gängt ja auch, wenn wir jetzt eine kurze Büsse. Ich kann das schon bis zum Ballen. Ja, ja. Bis wir morgen gehen. Ja. Ja. Aber wir gingen einige Wochen. Wir waren die ganze Woche. Das haben wir gesagt. Wir waren zu dem. Ja. Das ist so lustig. Ja. Da fragst du so viel Sachen. Ja. Ja. Da fragt man die Hinkau. Müssen wir auch ausnutzen. Ja. Er hört ja auch. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Nein, ich bin schon im Studieren, ob ich nicht vorher noch wechseln soll. Ja. Weil, wenn sie dir erinnern, dass ich vor zwei Wochen war, wie es so Mist beieinander war, da ist mir wirklich dreigegangen. Da haben wir halt mich zu ihm hinschaut. Und dann zahl ich halt meine Wäsche und ich weiß nicht, war es bei der Schulter. Das ist was. Es hat gehappert hinten vorne. Und wenn ich für mein Laufzahlen fertig war, dann frag ich mich, welche. Ich dachte, sag mir was, vor allem. Was? Sag mir nix. Du hast den Scheiß. Ach. Lass. Kann man sagen, was man will? Der Doktor hat ein Gefühl. Ja. Aber wie sie wurscht, bin ich auch für eine Schade sagen. Aber lass. Ich will nicht selber anfangen. Ja. Ja. Das jetzt denkst du mit deiner Haushapothek. Ja. Hast du mal was gebraucht für ihn? Ja. Beim Beinweil. Ja. Röntgenblumensalm. Was und Babbelkraut. Was hast du noch? Alles daheim. Alles daheim. Alles. Nein, wer was gebraucht. Ja, aber das. Das wird dir bald zu gefährlich. Ich bin müßiger wie er. Du machst die Arsch illegal. Ja. Das wird mir hinsetzt gepumpt. Ich traue mich nicht mehr. Jetzt will ich nächste Woche umgegangen zur Apothek und will fragen, was ich verlangen kann. Ja. Ich meine wirklich. Schaubern wir das so. Ja, wenn man Kräutchen in der Natur gabelt sich nur. Ja. Ja. Aber für alles ist kein Grau gewachsen. Nein, ist ja auch so. Ja, da hast du gehört. Da bin der Bäder, da kann der Wasser gelockt. Aber da tut die Frau die Wirtin. Der handelt mich kaum vor allem. Ja, ist das Maria. Ja. Was ist denn das? Wenn da jeden Tag ein Eislaufen nahm ist, brauchen sie Kontakte mehr. Dann geht mir keine Landtagszeit bald mehr. Ja. Ja. Das passt schon. Das habe ich machen. Ein Bekannter von mir nennt das und der hat gesagt, das wäre ganz gut für die Psyche. Ja. Der ist jeden Tag gut beinahmt und so halt wie er in einem Traumzustand. Ja, ist das Loch dran. Ja, muss. Muss. Wer ist denn dein Loch auf die Blut? Ich bin ja schon bekannt, dass ich dann auch wieder nicht habe. Ach so. Nein. Es ist so, weil sich so kein Zustand in Magritte ist auch Zustand. Ja. So schaut's aus. Ach so? Ja, sicher. Das heißt nicht mehr Sankt Magritte, mein Bürgermeister. Nicht mehr Sankt Magritte an der Laap, sonst Sankt Magritte an der Bund. Ja. So schaut's aus. Ja. Ja. So weit sind wir schon gekommen. Genau. Das ist das, ich kann's dir fast sagen, ein Gebäude. So weit lang. Schaut die Mauer, schaut die bald aus wie die von Jerusalem. Die schlade Mauer. Vorne haben sie noch einen Viehstach gemacht. Ja. Da haben sie schon so schöne Frauen gesehen drin. Aber einen Unterschied hat's schon. In Jerusalem ums Bein. Ja. Und da dann die Mauer würde die Mauer markieren. Ja. Ja. So weit sie kommt. Ja. Ja. Aber du. Seid's auf euch geworden bin, ist dort in deinem Haufen euch, eine ganz andere Duft in der Luft. Und die kennt mich auch hier. Ja. Aber dann ist das auch Wurst. Schau mal auf uns. Ja. Das ist so viel Haar. Das ist jetzt auch vertrat. Ja. Ja. Na, wir haben uns noch ein bisschen los und so ist die Böschung Dienstag. Ja. Und da will ich noch sagen, hat die Dala her, dem halben 16. April, ein 16. Pumminin. Ja. Ja. Und sie hat ein Glück. Der Bühler hat mich in seinem Hohen gebraucht. Und sie erwartet, sie geht's nicht mehr. Ja. Und das ist ja auch ziemlich leid. Ja. Aber was weiß immer, wenn die was verlangen wollen, dann geh ich nicht hin. Nein, nein. Das holt wohl nix. Aber laust du hin, ein alter Teich hat, der Blamant. Ja. Und der Papalatou, das find ich gar gemeint. Aber wir könnten das auch nicht mehr über sich an den Aussagen, dass ich gar kein Blutunerreignet ... Ja, auch nicht. Ja, das ist ja ein Witz, dass da auch kein Setzplatz dabei ist. Und der Halenbart, da kann man was hören. Wir möchten uns beschweren. Ja, wissen. Die haben die Begrüßung schon gekriegt. Ja, wissen. Das kann's nicht sein, da müssen wir wieder gehen. Die haben die Begrüßung. Ja, die haben die Begrüßung. Die haben die Begrüßung. Die haben die Begrüßung. Ja, die haben die Begrüßung. Ja, die haben die Begrüßung. Das ist ja der Inspektor vergreicht, aber wir fangen sie raus, na. Bist du, wo die ist? Schau das du nicht vorst. Schau das du nicht vorst. Schau das aus, gell? Schau, ne? Ja, da soll ich schon nicht brüllen. Schau das aus. Vögele am Baust, gell? Schau. Weißt du was, ich bin jetzt aufgefressen. Aber los, ich meine, du möchtest was gar nicht machen. Ja weißt du was? Gell mal. Viert euch! Räschi! Gell mal. Ja. Gell. Gell. Der ist ja auch gescheuert. Oh ja. Schau das war ein Stritzl.